Leider, wie wir alle wissen, das Elefantentreffen ist ja abgesagt. Ich lade euch hiermit zu der Challenge der Coro Funtant ein. Da kann jeder mitmachen, der an diesem Wochenende irgendwas macht, das mit dem Elefantentreffen zu tun hat. Dabei ist es dann völlig egal, was ihr macht. Ob ihr jetzt eine Motorradausfahrt macht, ganz einfach, oder vielleicht sogar ein kleines, richtiges Elefantentreffen allein zu zweit, zu dritt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was möglich ist. Und dann freue ich mich natürlich schon auf eure Beiträge, egal ob Fotos oder Videos. Das bleibt euch überlassen. Und wer daran teilnehmen möchte, der hat die Möglichkeit, hinterher sich einen Aufkleber und Aufnäher zu bestellen. Vor zwei Wochen nur. Es wurden nur so viele Sets produziert, die auch bestellt sind. Und das heißt also, das ist eine limitierte Auflage. Der reine Erlöser dieser Aktion kommt der Bürgerstiftung Thurmanns Bank zugute. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ein schönes, geiles Corofanten-Wochenende. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr, im Jahr 2022, in Thurmanns Bank gesund und munter wiedersehen. Einmal Elefant, immer Elefant. Ja, in Thurmanns Bank. Vielen Dank.